324 mm noch. Oha. Na dann bist du wahrscheinlich zu Hause, wenn ich aufhöre zu streamen. Ne, vielleicht sogar. Ne, ich glaube ich bin früher fertig. Kaffee schnell gegönnt. Ja hättest du doch hier anmachen können doch. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Fars Live. Nachdem wir ja letztes Mal neu angefangen haben bei Anna, melde dich auf jeden Fall mal wenn du zuhause bist. Nachdem wir letztes Mal neu angefangen haben hier machen wir heute direkt weiter. Immer noch ein bisschen Hager vom Festival. Gehen wir auch weiter. War das hier auch so, dass er ewig lang, ich glaube ich hätte auch ewig lang geladen. Ewig lange, eeeewig lange. Wir gehen zum besoffenen Casimir und gucken was der besoffene Casimir Schönes für uns heute hat. Mal ein bisschen Cash machen hier. Also vielleicht endlich mal ein paar Tiere besorgen können. Wir brauchen ja endlich mal diesen Trog. Aber irgendwie konnten wir ja letztens diesen Trog nicht kaufen. Dann fragt man sich was ist da los. Wie lange ist das noch mal ein Lied? Was 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 ist das noch mal ein Lied? Eieieieiei. Rastet aus. Das sieht immer noch. Alter. Das ist nicht lustig. Wie? Meine Güte, ey. Ui, ich werde verrückt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Sind wir bei uns? Ja, wir sind bei uns. Erstmal hier ist nicht was trinken. Dann haben wir uns mal kurz kurz auf die Rolle. Wie spät haben wir es denn? Ach so. Jetzt machen wir acht Stunden. Wir haben hier noch irgendwie... Wir haben ein bisschen was. Da noch... Hier hatten wir noch Holz. Holz hatten wir doch hier gelagert, ne? Genau. Schauen wir das da hin. Oh, ich weiß gerade nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich glaube, wir gehen gleich mal rüber und gucken, wie viel Geld haben wir denn? Ach ja, ein bisschen was haben wir, ja. Eine Angel? Hatten wir uns schon eine Angel gekauft? Eine Sense. Stimmt. Unser Feld? Auf jeden Fall. Wir hätten uns keine Angel gekauft. Wir sollten uns eine Angel kaufen. Wie sieht das hier an den Feldern eigentlich aus? 5 Stunden noch. Was? 4 Stunden noch. Dann zeigten wir das. Zwar. 51 Stunden. Okay. Was hätten wir hier noch Sickes drin? Zwiebel machen wir da rein. Das auch. Einmachglas. Tee. Die Heugabel. Die Heugabel. Packen wir mal. In den Schuppen. Wir haben sich aber ohne die Jone abröntet. Hier, ne? Axt. Heugabel. Die Hake. Die Sense. Brecheisen. Den Hammer nehmen wir mit. Die Axt nehmen wir auch mit. Den Eimer nehmen wir auch mit. So. Können wir schon mal rüber gucken. Aber ich glaube. Mal darauf achten, wann die aufmachen. Wissen wir das nächste Mal zum Pen auch. Hä? Noch niemand dort. Wir können ja hier mal ein bisschen runter gehen. Wir können ja hier mal ein bisschen runter gehen. Mal. 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 uns eine angekaufen ist gar nicht da dauer hier vorne wie wir das mit dem fuchs kann ich helfen ich weiß dass du das nicht willst ich verstehe das aber es ist keine kunst einfach zu tun was man will deine eltern schauen herab und weinen über ihnen im hof du bist doch stark waren gepflegten fahren ist es einfach eine freundin jetzt kannst ja er will wieder dass ich jagen gehe bestimmt ich weiß nicht warum aber ich habe bestimmt bestimmten komischen typen einen bildspann versprochen handeln wir reden wir müssen brauchen wir eine kämpfe ich habe eine commission und benötige bretter aber sie müssen neu sein da sie im freien stehen und einen schönen waldgeruch haben werden wir sind die schönen ausgegangen und die zwingen haben wir uns in der letzten zeit ein bisschen gestritten und ich möchte nicht okay er gibt mir seine säge nicht schauen wir also wie toll eine säge ist und das können wir verkraften so besorge brennholz die werkzeug du musst nur den baum fällen und in stücke schneiden und dann musst du ihn mit der säge bearbeiten wäre besser wenn man das und machen würden aber geht ja nicht weil wir da kein klotz haben die holen wir uns von hinten die axt hatten waren die die ist der Hammer umlautschen so können wir die denn jetzt müssen wir doch theoretisch jetzt so wie sie sind wir müssen sie ja nicht mit einer Holzklotzer zerhacken weil würde ja gar keinen Sinn machen so klar wenn wir das als kleinen Klotz haben kriegen wir keine Bretter mehr raus also können wir auch da hinten Bäume fällen nachher so war hier nicht noch einer das ist klar das ist klar dann gehen wir mal ein bisschen angehen dass wir da mal ein bisschen mehr Futter rankriegen hier ja wie viel waren denn vereinbart mein Freund 20 dann muss ich wohl oder über hier erstmal so so machen und nochmal 10 holen hm wir hatten auch noch mal 25 warte hm verstehe ich jetzt nicht hm 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 ja das ist das ist ist 5 maaaannnn Nee. Ach Junge. Ich hab doch aber 25 gesammelt. Das weiß auch niemand wo das Schwein ist. Muss einfach weg. Hopp, 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 hopp. Junge. Hallo Mark. Ich grüße dich. Fünf brauchen wir jetzt noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jawohl. Na, wie geht's? Alles Bingo. Jetzt aber, oder? Hä? Jetzt ist es wieder nur fünf. Ich hab doch da aber vorhin 15 abgelehnt. Ich hab doch da aber vorhin 15 abgelehnt. Ach ne, jetzt wieder, ach jetzt 10. Okay. Jetzt sag mal 20. Jetzt müsste es aber gehen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na ja, immerhin. So, jetzt haben wir... Ne. Gehen wir mal da unten. Ja, wer wird denn hier rumschießen? Minecraft 2.0, äh, kann man so sagen. Ja, wohl. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert hier jetzt mit dem Angrein. Ein Warnschuss, dass du da bist. Was? 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 Nein. investmentstellen. Kat